Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ein neues Video, ein kurzes Video, ein wichtiges Video. Bis gleich! Ja, Hallöchen, schön, dass ihr reinschaut. Ja, der Winterschlaf endet so langsam, haben wir erfahren. Denn Blizzard hat eine Ankündigung, eine Ankündigung gemacht, aber es war diesmal wieder die Ankündigung, eine sehr wichtige Ankündigung, nämlich Patch 25.6. Patch 25.6 ist immer so ein bisschen größer und bringt meistens auch für jeden Modus so ein bisschen Updates. Besonders für Battlegrounds, die Buddies kehrt zurück, also diese kleinen Schlachtfeld-Freunde, die jeder Held so hatte. Ihr wisst schon hier, der Button hier unten links, alle von euch, die die Schlachtfeld gespielt haben oder spielen, wissen, was gemeint ist. Ähm, ich bin jetzt ja nicht der große Schlachtfeld-Freund, beziehungsweise ich spiel's halt nicht und ich cover's auch hier nicht auf dem Kanal. Aber ihr sollt wissen, Schlachtfeld kriegt ein großes Update und die Buddies kommen also zurück. Was aber viel wichtiger ist, die neue Erweiterung soll auch angekündigt werden. Also mit Patch 25.6 wird die neue Erweiterung angekündigt und das soll nächste Woche passieren. Das heißt also, nächste Woche ist damit zu rechnen, wie gesagt, die Buddies, die neue Erweiterungsankündigung, eventuell dann direkt, meistens haben wir direkt eine neue Karte bekommen. Also ein Legendary oder irgendein Epic wurde direkt in den Standard geschmissen, was man dann schon drei, vier Wochen vorher spielen kann. Die Vorbestellung geht los. Ähm, das heißt also auch neue Kartenrücken, neue, neuer, neuer cooler Held meistens zum Spielen. Vielleicht gibt's noch irgendwas, ähm, an Info schon. Also nächste Woche wird spannend, nächste Woche gibt's euch mal dicke Infos, nächste Woche wird die neue Erweiterung gedroppt. Das heißt, ähm, ja, wahrscheinlich auch mit den ersten Karten. Natürlich wird's auch die ersten Karten dann geben, das neue Keyword, was man halt so wissen möchte und muss. Und von dem her, ab nächster Woche dürft es hier auf dem Kanal wieder viel, viel spannender werden, als es bisher der Fall ist. Genau, und ich will euch jetzt nicht wieder was versprechen, ich hab's letztes Mal auch nicht geschafft, aber, ähm, ja, ich versuche da mal als, äh, Hype-Vorbereitung dieses Wochenende auf jeden Fall das letzte, ähm, Tschüss-Altraktal-Video zu machen. Wäre ja passend. Tschüss-Altraktal am Wochenende und dann nächste Woche direkt neue Erweiterungsankündigungen. Es würde passen. Insofern, ich freu mich drauf, hab da wirklich Bock drauf, dass es endlich was Neues gibt. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Insofern sehen wir uns hoffentlich dann nächste Woche zum neuen Addon, welches Thema auch immer es betrifft. Bleib gesund, bleib friedlich, wir sehen uns. Bis dann, Tschüssi. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mit deiner Zeit geschenkt hast. Ähm, ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall, äh, natürlich beides. Ähm, das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen, um das zu gewährleisten. Am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Ähm, und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache. Ähm, und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ähm, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Twitch, äh, Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und, ähm, ja, bis dann, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020